Manche Menschen können keinen Gefallen abschlagen. Wer in einem der folgenden Tierkreiszeichen geboren ist, tut sich besonders schwer, Nein zu sagen. 1. Waage 24. September bis 23. Oktober Waagen haben einen starken Sinn für Harmonie und Gerechtigkeit. Konflikte meiden sie und gehen lieber Kompromisse ein. So übernehmen sie auch unliebsame Aufgaben wie Putzdienste oder Umzugshilfe. Ihre Hilfsbereitschaft wird oft als selbstverständlich betrachtet. 2. Fische 20. Februar bis 20. März Fische haben ein großes Herz und ein starkes Bedürfnis zu helfen. Sie spüren die Stimmungen anderer und reagieren sensibel auf Probleme. Eigene Bedürfnisse stellen sie häufig zurück. 3. Krebs 22. Juni bis 22. Juli Krebse neigen dazu, sich mit ihren Gefühlen zurückzuziehen. Das Problem? Ihr Umfeld macht das komplette Gegenteil. Freunde und Familie suchen ihren Rat in belastenden Situationen. Krebse sollten lernen, auch mal in die Rolle des Nehmers zu schlüpfen. 3. super 2. Schrei 11.